Leute, wir sehen hier die Platzhalter-Belohnungen für die Monster Island Quest. 15 Münzen hier, 15 Münzen da, 15 Münzen dort, 15 Wappen dort, 15 Wappen da, 15 Wappen dort. Also Schrott, 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 also wenig, 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 wenig. 50 Königsreich-Münzen da, 50 Turm-Münzen, 50 Legenden-Münzen, 10 Wappen, 2 Wappen, 2 Wappen, 2 Kompass. Das ist so mager, das ist super mager. Aber ja, es hat trotzdem sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also mir macht es Spaß. Bisschen mit der Allianz-Battlen, im Prinzip, ja, was machst du, machst natürlich immer das Gleiche, ne, kämpfst gegen irgendjemand, aber das, ja, passt alles, mir macht Spaß. Mal ein bisschen Abwechslung, okay, dann nehmen wir das. Okay, das ist das Out2, okay, das ist das Out2, jawohl, das braucht man nicht. Dann haben wir die Dunes noch laufen und danke fürs Zuschauen, ich hoffe, euer Lut war anständig. Haut rein! Bis dann! Vielen Dank.